Glitzerkatzen glitzern. Das sagt ja schon der Name. So eine richtige Glitzerkatze, eine von den echten. Die sieht besser aus als ein Weihnachtsbaum mit bratzelnden Wunderkerzen. Sie sieht sogar besser aus als Silvester, wenn tausend Raketen in der Luft zerknallen und der ganze Himmel wunderschön in allen Farben leuchtet. Deswegen sind Glitzerkatzen ja auch so beliebt. Wer noch keine Glitzerkatze gesehen hat, ist selber schuld. Der soll bloß nicht sagen, die gibt's ja gar nicht. Klar gibt's die. Es gibt sogar eine ganze Menge. Aber wer eine Glitzerkatze hat, wie zum Beispiel Herr Fischer, der zeigt sie keinem. Herr Fischer sagt immer, ich bin doch nicht verrückt. Wenn ich meine Glitzerkatze jemandem zeige, dann wird sie doch sofort geklaut. Und er hat recht. Glitzerkatzen werden häufiger geklaut in unserem Land als Autos oder Schokolade, weil sie so kostbar sind. Manchmal werden sie auch nur entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen. Oder manchmal... Naja. Eigentlich geht es ja jetzt um Herrn Fischer und seine Glitzerkatze. Diese Glitzerkatze bekam eines Tages drei Babys. Das fand Herr Fischer natürlich ganz famos. Drei neue Glitzerkatzen. Damit konnte er einen Haufen Geld verdienen. Jetzt ist es aber so bei Glitzerkatzen, dass die erst anfangen mit dem Geglitzer und dem Geflimmer und dem Geleuchte, wenn sie schon ein bisschen älter sind, so ungefähr ab zwei Monaten. Und nach zwei Monaten, da glitzerte eine von Herrn Fischers neuen Glitzerkatzen noch kein bisschen. Überhaupt nicht. Nicht mal so viel wie ein rostiger Cent. Der kleinen Katze, sie hieß übrigens Pellegrine, machte das nichts aus, wenigstens nicht am Anfang. Glitzerkatzen ist es nämlich schnurzigal, ob sie glitzern oder nicht. Genauso wie es Stinkmäusen eigentlich egal ist, ob sie nicht stinken oder doch. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Herr Fischer sauer war, weil Pellegrine nicht glitzerte. Er war so sauer, dass er Pellegrine nach drei Monaten, als ihre Geschwister schon längst aussahen wie Weihnachten und Silvester zusammen, einfach rausschmiss. Und zwar an einem Tag, an dem es draußen in Strömen regnete und ziemlich kalt war. Nette Leute tun sowas nicht. Aber Herr Fischer, der war ein Mistkerl. Der kannte da nix. Kein Geglitzer, Katze raus! So einfach war das.